Ey, nicht runter. Oh. Nein. Alter, ich rasse hier gleich aus. Sollst du einfach nur diese blöde Kiste hochspringen? Was ist denn dein Problem? Ey, warum springt er zurück? Ich drück nach vorne. Ja, Mann. Heller Song. So, runterdrücken die Nase. Oh Gott. Ah. Okay, das war nichts. Okay, das war wirklich nichts. Egal, ich scheiße drauf. Ich glaube, mit dem Dodo ist keine gute Idee. Ich dachte, vielleicht habe ich in dieser Aufnahme-Session Glück, dass ich das ein bisschen hinkriege. Aber nein. Dann. Ja. Einfach ganz normal. Die Mission machen und da hinfahren. Ich glaube, ich mache es so, wie er es gemacht hat. Aber ich werde wahrscheinlich, wenn wir jetzt wieder die scheiß Brücke da wieder vor uns haben, wo wir warten müssen, einfach die Kollegen da über den Haufen fahren. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, wahrscheinlich. Ich probiere es zumindest so. Wer weiß, ob das schlau ist oder nicht. Wie gesagt, die können uns ja mit einem Schuss, wenn es blöd läuft, direkt in die Luft jagen. Nein, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ist klar. Ja, fahrt mal ruhig drüber. Flieg mal drüber, meine ich. Sorry. Ja, durch diese blöde Brücke verlieren wir halt so viel Zeit. Also uns bleibt keine andere Möglichkeit, als die einfach über den Haufen zu fahren. Damit die uns nicht abfacken. Oder halt einfach an dem vorbeifahren. Ich weiß halt nicht, ob man die unbedingt töten muss. Das ist halt das Ding, was ich nicht so ganz weiß. Ey, nein. Boah. Wir haben halt schon gut Schaden auf dem Fahrzeug hier. Obwohl wir noch nicht mal einen Schuss abbekommen haben. Und ich muss dann auch noch ganz schnell zum Raketenwerfer wechseln. Das ist ja auch noch das Ding. Boah. Alter. Ey, ich bin schon wieder irgendwo hängen geblieben. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ah, siehste. Sag ich doch, das wird nix. Ei, 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 ei. Na gut. Ich brauche mich zu laden, Kollege. Vielleicht sollte ich einfach doch nicht alle tot fahren. Wer weiß. Wer weiß das schon. So eine dreckige Mission, ey. You bet. Very bad driver. Dankeschön. Danke, danke. Das ist wieder so eine Mission, wo ich Schnappatmung kriege. Ja, genau. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist so schwer. Man braucht dafür echt starke Nerven, wenn man das wirklich durchspielen will. Weil man natürlich kein Speedrunner ist und keine Ahnung hat. Und natürlich habe ich einen blöden Nachteil, dass diese blöde Brücke genau immer dann, wenn ich hier langfahre, zugeht. Wahrscheinlich muss ich einfach mal vielleicht zwei, drei Minuten warten, bevor ich die Mission starte. Aber ja. Es ist halt jetzt so. Aber die Frage ist halt, was ich bei dem Video nicht ganz verstanden habe, muss ich den direkt da vorne, wo er ihn zerschossen hat, das Flugzeug in die Luft jagen? Oder kann ich das auch da hinten machen, wo die ganzen anderen Assists sind? Aber ich glaube, sobald das Flugzeug in die Nähe vom Ende der Landebahn ankommt, dann ist die Mission direkt gescheitert. Also ich denke mal, ja, eigentlich habe ich mich selber gerade beantwortet. Wir müssen einfach vorne hinfahren, wahrscheinlich. Deswegen weiß ich gar nicht, warum er da hinten hinfährt. Scheiß drauf. Nein! Ah, da habe ich wieder zu lange gebraucht. Hm. Mann. Ich dachte, ich habe nur alle Zeit der Welt. Aber okay, eigentlich nicht. Du wusstest ja wegen der Brücke, dass es mich zu viel Zeit kostet. Wir klappen uns jetzt. Wir schnappen uns jetzt das Fahrzeug hier. Ich warte nochmal dann 30 Sekunden oder so, bevor ich die Mission starte. Und hoffen, dass die Brücke dann unten ist, wenn wir da langfahren. Vielleicht ist das the way to go. Wir warten mal kurz hier einen Augenblick. Ich rüste schon mal Raketenwerfer aus, für den Fall der Fälle. La, 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 la. Komm, ich denke mal, das reicht jetzt. Oder ist es halt wirklich in dieser Mission wieder vom Modder gescriptet, dass die scheiß Brücke dann offen ist? Aber wer weiß das schon? Außer der Modder natürlich. Nein! Okay, das... Das hat mich jetzt auch wieder blöd Zeit. Normalerweise geht der Timer erst los, wenn ich hier in dieser Straße bin. Oder das Geräusch vom Timer. Oh. Umso mehr Druck ich habe, umso mehr Fehler mache ich. Das ist wirklich so. Aber gut, das... Das passt sogar tatsächlich, dass ich jetzt ein paar Sekunden gewartet habe. Die Brücke ist... Offen. Das kommt mir hier richtig gut gelegen. Aber gut, ich habe jetzt auch wieder Zeit verschwendet. Weil ich... Natürlich... Drei, vier Fahrfehler hatte. Drei, vier Fahrfehler. Wenigstens die hier kalt machen Ah, toll, die verfolgen mich Also die haben mich wahrscheinlich schon gesichtet, deswegen ist er losgefahren Ich bleib jetzt einfach hier stehen Jawoll Das hat geklappt Aber das heißt ja noch nichts Hä, können wir nicht mehr als 4 nehmen oder was Boah, jetzt muss ich kurz in das Video gucken Ich muss bestimmt zwei mal fahren Ja, so pick up the packages, you can do it on foot or in the car, it doesn't really matter Okay What I would recommend doing if you're not too familiar with the dodo but you know how to fly it is fly off the runway where you shot down the plane because this runway is a lot more risky especially in rain you don't really have enough time to properly get a takeoff, like a safe takeoff anyway and as you can see there's also vehicles trying to screw you but this is a bit faster if you're a bit more confident And obviously you've got infinite tries to give this a go Ja practice, thank you Ja okay, im Prinzip einfach nur die Päckchen da abgeben Aber mein Problem ist gerade Aber mein Problem ist gerade Dass ich Die Päckchen nicht aufsammeln kann Okay Okay Schon mal ein weiterer Erfolg Jetzt muss ich halt nur wirklich Auf die andere Insel kommen Und den Panzern ausweichen Was natürlich mein größtes Problem sein wird Boah Alter, ich hab mich so erschrocken Nein, weg Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Shit, 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 shit Boah, ich bin gerade so nervös Ich hab, ich zitter gerade Ich hab Angst Oh weh, die Brücke geht hoch Ich raste aus Jawohl Die fahren drüber Das wollte ich nämlich gerade sagen Das mache ich nämlich nicht Weil das natürlich Mir zum Verhängnis sonst nur wird Okay, hier ist eine Sperre Fahren durch den Park Hoffentlich ist das keine blöde Idee Oh, warte Hier lang Oh fuck Wo war denn der Painspray-Norm Ah Wenn ich ihn sehe, dann weiß ich's Da rechts Oh boy Ah, da müssen wir da rein Nee Das ist natürlich auch der Vorteil an dieser Mod Man kann jedes x-beliebige Fahrzeug zum Painspray bringen Und sich die Sterne entfernen lassen Auch mit Polizeiautos und sowas Das geht ja natürlich im Originalspiel nicht Boah, geil, Alter Mission geschafft Weil ich bin gerade so am Zittern gewesen Weil ich so Panik hatte Nice Perfekt Ja, danke dir Okay, das ist das, was er erwähnt hat Eine halbe Million Für, ähm Das Ende des Spiels Ja, wir kriegen nicht genug zusammen Das heißt, wir müssen Die eine oder andere Mission noch machen Was mache ich da? Okay Die eine oder andere Mission müssen wir noch machen Um, ähm Die halbe Million zusammen zu kriegen Uns fehlt zum Glück nicht ganz so viel Aber ein paar Cent Warte mal, hat er gespeichert? 39, ja Hat er Äh, ja Okay Frage aller Frage Welche Mission machen wir? Wollen wir da zu dem Toilettentypen gehen? Ah komm, wir gehen einfach zu dem hin Mal schauen, was das für eine Mission ist Ah, VIP 2 Wollen folgen? Gut Ja, wir sollen ihn einfach nur zum Flughafen bringen? Ja, einfach nur Zwei Minuten haben wir Zeit Was, die CIA Hä? Ähm Ähm, du kannst unter anderem immer wieder rennfahren Zumindest in Originalspiele Die rennen an der Telefonzelle Oder die Ja, das weiß ich Ähm Die wollte ich aber erstmal versuchen zu Erweiden Äh, ich wollte eigentlich nur so Die Main-Stories machen Aber, ja Weil es fehlen ja noch ein paar zum Glück Aber wir müssen mal gucken Ähm, ich muss direkt nach dem Guide schauen Wenn schon alles gesperrt ist Und wir eine Alternativroute zum Flughafen brauchen Dann müssen wir kurz schauen Ja, toll, danke Ja, toll, danke Hm Your second option is to use the dodo And fly yourself across You know, bring it before you start the mission And just fly all the way across Which is what speedrunners will no doubt do Because it's a lot easier The third option is to go the intended way As you can see, the blue marker Is telling you to go up to the shipwreck Where we did the land stalker mission And you take, you jump over Use the shipwreck to go to shoreside And then drive all the way down to the airport During my casual playthrough I did that And it is so fucking hard Let me tell you Even with an insanely fast car Like the Luigi Kart You have about 5 seconds of leeway It's gross So I would heavily recommend this method Just use your sniper rifle These guys can take a bullet Unless you shoot them in the head Or crit them You know, shoot them in the arm or something So I would recommend going for headshots And as you'll see You only have a little bit of time to spare So try and go as fast as you can But not so fast that they kill Ray Obviously But yeah, just keep an eye out for spawns As you drive along And you can just slowly swipe them They are all along the bridge So just keep that in mind Can we just drive through? Yeah, but they shoot us Yeah, probably They shoot us then eh direct in the air Probably They shoot us Da weg snipen Aber was denn mit dem Timer? One second on the timer There are actually a couple more dudes As you'll hear in a second But you haven't got time Just drive through You're in a pretty much Invincible vehicle So they will destroy you If you try and just drive over Okay, also klingt ja Erstmal gar nicht so Difficult Aber ich bin jetzt schon los Weil ich nicht weiß Wo er den ersten runtergeschossen hat Okay, da Hey, brems doch Ich glaube, ich werde es nicht schaffen Ich glaube, ich lade einfach direkt neu Was soll der Geiz? Ich lade neu Wir besorgen uns ein schnelles Fahrzeug Oder beziehungsweise das Fahrzeug nochmal Oder wir nehmen einfach ihr Fahrzeug Naja, wobei Ich glaube, unser Fahrzeug ist besser Ähm Und dann machen wir das so, wie er es Ungefähr gesagt hat Oder gemacht hat zumindest Er sagt Es ist die schwerste Mission Aber wenn man einfach die ganzen Dudes da One-Shotted Dann sollte das doch eigentlich machbar sein Denke ich mir zumindest Hey Das ist mein Grundstück Verpiss dich Der Sack, Alter Ah, er ist tot Irgendwie die Karre so hinstellen Ich mach die Karre kaputt Bevor wir die Mission starten Irgendwie so hinstellen Dass er direkt da hochkommt Und nicht den Typen gleich töten kann Ähm Ja, irgendwie so So, warte Scharfschutzgewehr ausrüsten Let's do it Ah, ich bin natürlich wieder falsch gelaufen Weil ich nichts kann Yeah, come on Okay, das ist schon blöd Der ist schon blöd für mich Ey, was geht denn mit der Maus ab Ah, das war's schon Wo kommt denn die Polizei jetzt her Weißt du was, ich riskiere es jetzt einfach Durchzufahren Ha, 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 okay Ha, 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 ha Ach, lieber nicht Ha, 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 ha Scheiße Naja Aber warte mal Wenn wir die alle vorher töten Brauchen wir wahrscheinlich keinen Gepaar Ja, wobei doch Er hat ja gesagt Wir brauchen Ein stärkeres Fahrzeug Weil da ein, zwei Leute sind Die wir dann doch nicht erschießen werden Ähm, ja Im Originalspiel ist es kugelsicher Aber diese Mod Bezieht sich ja auf Speedrunner Das heißt, ähm Die Gegner Die können Das Fahrzeug dann halt wirklich Teilweise one-shotten Dass es in die Luft geht Also das ist halt der Kniff An dieser Mod Die ich hier spiele Dass halt alles Deutlich schwieriger ist Also die können Das Fahrzeug auf jeden Fall In die Luft jagen Hm Ja, wo kriege ich Ein Panzer her Ist die Frage Weil die Polizei ist ja Jetzt auch nicht ganz leicht Panzer her Aber ich weiß nicht Ob der Panzer schnell genug ist Um, äh In dieser Zeit Da rüber zu kommen Ich probiere es halt Noch einmal mit dieser Taktik Ähm Die alle wegzuschießen Oh Gott Ich dachte, dass ich jetzt draufgehe Wenn es nicht klappt Dann, ja Äh Probier es wirklich mal Mit dem Panzer Dann muss ich erst mal Sechs Sterne anzetteln Ob ich das überlebe Ist die nächste Frage Ah Schon verpennt Jetzt weiß ich auch Warum er hier Auf die Gegensprung Gefahren ist Und so lange wie möglich Um sich Wegzuhalten Geht schon Geht schon los Ey 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 man Was hält der denn aus Ja der ist glaube ich Ein paar Millimeter So weit weg Ja Den Glitch habe ich In White City Damals immer benutzt Mit dem Panzerboosten Moin Webster Schönen guten Abend Nein Die blöde Brücke Komm steig ein Steig ein Steig ein Steig ein Ah Wow Alles gut Kein Problem Webster Ähm Wir sind kurz vorm Finale Und wir müssen nur noch Die halbe Million Zusammenkratzen Und dann können wir Die letzte Mission starten Und den da hinten Auf den scheiß Ich auf den auch Ja Okay Also das Das ist unmöglich Das ist wirklich unmöglich Für mich Ich bin einfach Nicht so gut darin Okay Äh Rushhour Kannst du mir sagen Wo ich ein Panzer herkriege Ohne 6 Sterne anzuzetteln Gibt ja wie sowas Wie ein Militärgelände hier Das ist ja wirklich Das ist ja unmachbar Alter So ich will nochmal kurz hier Äh Den Schunk verlassen Damit das Fahrzeug mal gespawnt Oder ähm Ich scheiß auf die Mission Und wir machen ähm Das D anstatt das R Weil er ist äh Der Ben sagt ja Das ist die schwerste Mission In dem ganzen Spiel Oder in dieser Mod Ähm Ähm Ne gibt's nicht Also in dieser Version Zumindest nicht Da gibt's nur diese Militär Trucks Aber ähm Panzer Steht da leider nicht Oder kann sein Dass da einer steht Aber abgeschlossen ist Aber ich hab zumindest Da noch nie einen gesehen Guck mal was der gute Kollege Für eine Mission Für uns hat Vielleicht können wir hier Unsere letzten Sents Auftreiben Ah Das ist halt Das Ding an dieser Mission Äh an dieser Mod Ein unieke Kommodität Der Welt und seine Wälder versuchen sie von eurem Gras Auch wenn sie wenig Verständnis haben Zu ihrer euren Wert Und siein Ich hab nicht Ich hab nicht Ich hab nicht Das Problem Ich hab nicht Ich hab nicht Hm Ich hab nicht Wir wurden hier Teleportiert Wir müssen Attrappe Dienen Aber Oh, oh. What? What? Okay! Cool, cool, cool! Das hat ja schon gut angefangen. Ah, da muss ich schon wieder beim Ben gucken, wie er das gemacht hat. Diese Brücke, die kotzt mich so an, ne? Alter. Ich hab jetzt schon vergessen, wie die Mission heißt. Wenn wir herausfinden, wie die Mission heißt, dann guck ich gleich mal. Ansonsten mach ich halt wirklich, äh... Ja, okay, da gab's ein Panzer, ja, aber ich muss ja das Fahrzeug dann wegbringen. Kann er leider den Panzer nicht klauen. Ich weiß aber auch gar nicht, äh, sind die Panzer nicht abgeschlossen, wenn da einer drinnen sitzt? Glaub schon, oder? Bei San Andreas war das zumindest so, das weiß ich noch. Sorry. Ach, scheiß drauf. Ja, paar Cent. Oder ich, ich überfahre einfach die ganze Zeit Leute, äh, bis, ähm, ich das Geld zusammenhabe. Könnte ein bisschen dauern, aber egal. Jetzt hab ich schon wieder nicht aufgepasst, wie die Mission heißt. Habt ihr das gesehen zufällig? Okay, ähm, auf Twitch schreibt Telefuchs, äh, dass man, äh, im normalen Spiel in die Panzer rein kann. Aber, ich glaub, hier in der Version auf jeden Fall nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Hahaha, alter. Wie, wie geht das denn? Ähm. Keine Ahnung. Also, ich muss jetzt mal kurz aufpassen, dass ich wirklich mal herausfinde, wie die Scheiß-Mission heißt. Zwei auf einen Streich. Ja. Das, das ist, das ist richtig. Wenn ich das jetzt nicht hinkriege, ich probiere es jetzt noch ein, zwei Mal, wenn es nicht hinkriegt, dann muss ich ja wirklich das Telefon-Mission machen. Oh, danke. Danke. Ups. Decoy, ja, toll. Hätte ich mir denken können. Okay, was, was sagt der gute alte Ben zu der Mission Decoy? Okay, jetzt ist es Zeit für Decoy. Ähm, und du besser meine Strategie folgen, weil sonst werden wir in wirklichen Problem. Also, du kommst in, und meistens in der originalen Spiel, du hast sechs Stars, aber die sechs Stars sind wie ein custom-coded sechs Stars. Es gibt keine Tanks oder was. In this, there are Tanks, and the Tanks move so fast, it's ridiculous. Head over that ramp, get onto the grass, and the reason for that is because when the army, or any cops for that matter, see you on grass, unless they're already aggressive towards you, nice tank backfoot there, um, if you're on the grass, they won't come and chase you down on the grass. So as you can see, those guys are staying on the road. You want to stay on the grass as much as you can and head straight down to the subway. The reason for that is because you need to be in Portland once the two minutes are done, and if you try and drive across the bridge or the tunnels, you will get destroyed, let me tell you. So the best thing to do is to get down into the subway and go into first-person camera and drive through the train tracks to get to Portland. You will fail this mission. If you, I can't remember exactly what the game says, but it says get it out of Shoreside and don't put it near Donald Love's place. So basically what that means is you have to go to Portland because Staunton and Shoreside will both fail you. Once you get onto the train tracks, head straight south and don't stop driving south until you're in Portland. Keep in mind that trains will be driving on this track. So what you want to do is when you see a train, slow down and hug the left wall. Or, if you're unlucky like me, hug the left wall, bounce off your own door, get flung into the train, and somehow survive. But yes, for the most part, you'll be fine as long as you slow down, you know, watch the corners, and drive to Portland. Once you get onto the train station that says, you know, Chinatown, Red Light District, that kind of thing, you know, you're in Portland. So all I would recommend doing is just, you know, there's a train there, wait for it to leave, and then just head off the train tracks, so you're not in the, you know, the path of any trains, and just wait for the timer to expire. Okay. And if all goes well, you'll have done one of the hardest missions in this mod. Hey, das ist auch die harte, eine der hartesten Missionen, okay. Okay, also eine der hartesten, aber die harteste Missionen haben wir ja schon ausprobiert. Okay, also er fährt hier runter und dann einfach die ganze Zeit auf der Wiese. Na, mal schauen, ob ich das hinkrieg. Oh, warte mal, ich bin falsch gefahren. Er ist doch da unten lang gefahren. Oder? Jetzt bin ich schon wieder lost. Ich weiß nicht, wo er lang gefahren ist. Ah! Hilfe! Oh boy, Alter. Okay, wir sind richtig. Wow! Wow! Weg, weg, weg! Oh Gott, oh Gott. Alter. Wir verarschen uns doch, Alter. Die Panzer fahren hier trotzdem wie die Verrückten auf der Wiese. Alter, das ist ja schlimmer als ein Horrorfilm für mich gerade, ey. Ich hab's sogar besser gemacht als er, muss ich ehrlich sagen. Alter, das war jetzt quick. So. Oh Gott. Oh, nein, nicht umkippen, nicht umkippen. Ach, nein. Ach, nö. Cool. Oh, warte mal, vielleicht, vielleicht. Ja. Shit. Es war so gut, es war so gut, es lief so gut. Kacke. Naja. Aber immerhin haben wir ein Erfolgserlebnis gehabt. Ja, danke. Jetzt hab ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt hier drei Stunden rumrangiere, fahr ich einfach rückwärts da runter. Das war einfach so ein Blitzidee. Ich muss mal das nächste Mal dran denken, wenn ich den nächsten Stream starte, dass ich mal die Latenz zu YouTube irgendwie runterdrehe. Das ist ja schon locker eine halbe Minute her, wo das passiert ist und Rush Hour schreibt jetzt erst was dazu. Okay. Okay. Oh Gott. So. Diesmal krieg ich es hin. Ich fahr einfach ein bisschen gechilltet, einfach, sag ich mal, im U-Bahn Schacht. Guck mal, die stehen schon alle hier parat, die Säcke. Das fällt mir jetzt erst auf. Da oben auch. Also, mein einziges Problem sind tatsächlich einfach nur die blöden Panzer und das Fahrzeug, was im Tunnelschacht natürlich nicht so ideal gefahren ist. Ah! Ja, ja, alles gut, Rush Hour. Ich weiß das. Ich denke immer nur nicht daran, wenn ich den Stream ankündige, bei YouTube die Einstellung vorzunehmen, dass die Latenz so kurz wie möglich sein soll. Vergess es immer wieder, weil es sich irgendwie nie richtig abspeichert. Der resettet das jedes Mal, wenn ich den Stream beende. Und jetzt einfach ein bisschen chilliger fahren und nicht so wild durch die Kurven peitschen. Dann kippe ich auch nicht um. Nein! Boah, geil, Alter. Überlebt. Boah, in der Ego-Perspektiven-Kamera ist das gar nicht mal ohne, hier lang zu fahren. Also, das Fahrzeuggefühl ist komplett anders in der Kameraperspektive. Oder es liegt einfach nur daran, dass ich weiß, dass es in jeder Zeit passieren kann, dass das Ding gleich umkippt. Daunton Island. Portland. Auf jeden Fall auch daraus, wo er gesagt hat, China doch. Perfekt. Wir sind sogar deutlich früher dran als er. Na gut, er hat auch da noch rumrangiert. Wir warten jetzt einfach... Oh. Gott, wir warten jetzt einfach hier. 20 Sekunden. Bad Fellas. Der Linke sieht aus wie von, ähm... Aber wie heißt dieser Film? Dieser Mafia-Film? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kenne den Namen gerade nicht. Nice. 250.000. Ey, 250.000. 25.000. Hier ins Fehlen noch ein paar Cent. Ja. Frage ist, was mache ich jetzt hier? Achso, ja. Vielleicht sollte ich mal laden. Damit die Polizei weg ist. Der Pate, genau. Danke, Rush Hour. Der Pate. Also hast du das gleiche gedacht wie ich. Also ich sehe im Hintergrund mein Twitch-Fenster. Ähm, den Stream ganz leicht. Und, ähm... Also Twitch ist wirklich fast zeitgleich. Aber YouTube, keine Ahnung, warum das so einen krassen Delay hat. Ja, ähm... Webster, San Andreas, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber am meisten freue ich mich tatsächlich gerade auf Y-City. Weil ich Y-City, ähm, schon deutlich, ja... Länger hergespielt habe als San Andreas. Ähm, ich überlege sogar tatsächlich, dass wir zu Y-City, ähm... Wahrscheinlich doch dann nicht Titan and Ys spielen werden. Weil ihr seht ja schon, wie schwer diese Version von GTA 3 ist. Ich glaube, in Y-City, da, äh, reiß ich mir die Haare aus. Ich glaube, wir werden einfach eine andere gemordete Version spielen. Ähm, zumal, was mir schon absolut in dieser, ähm, Titan and Vice-Mission, äh, Mission, Version nicht gefällt, ist, äh, die Tatsache, dass es dort die ganze Zeit schneit. Das passt hier überhaupt nicht. Es ist einfach nur dazu da, um das Spiel schwieriger zu machen. Okay, Rush Hour. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, fürs fleißige Schreiben. Ähm, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Auf jeden Fall, mach's gut und, äh, danke fürs Zuschauen. So, wir fahren jetzt wieder zum Toiletten-Typen. Schauen, was da die nächste Mission ist. Aber uns fehlt ja tatsächlich nicht so viel. Hätte ich mal einen Raketenwerfer irgendwo weniger gekauft, dann hätte ich auf jeden Fall das Geld zusammen gehabt. Oh, ich hätte vielleicht speichern sollen, ne? Ja, so, ich gehe raus. Geh mir zu meinem Flugzeug am Flugzeug, dann werde ich es für einen Zeitpunkt machen. Ja, White City wirklich, äh, das Vibe, äh, das Vibe, der Vibe ist einfach so... Oh nein, ich mache hier schon wieder diese Kack-Mission. Wie, 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 wieso bin ich so dumm und nackt? Hä? Was hat mich denn da gerade geritten? Ich bin so lost, dass ich hier einfach vergessen habe, dass diese Mission die schwerste ist. Kann ich den einfach umbringen? Geht das? Dann ist die Mission ja auch wahrscheinlich vorbei. Weil ich will jetzt nicht neu laden. Ich verkloppe den jetzt einfach. Ähm, die Mod, die ich, äh, im Sinn habe, hast du ja wahrscheinlich auf Discord auch gesehen, äh, in dem Channel, wo du ja freigeschaltet bist. Da gibt's, ähm, eine Mod-Compilation, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der Vibe oder, ja, ähm, das Grafik-Setting von der PS2-Version eingefangen wird. Wo das Spiel halt viel orangener ist und mehr so, ja, viel mehr Summer-Beach-Vibes bietet. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil die PC-Version ist wohl nicht so schön wie die PS2-Version, warum auch immer. Ähm, Telefox, mit dem Boot, ähm, das geht, glaube ich, gar nicht. Also, wir hatten vorhin den Guide von Ben angeschaut und er meinte, das geht nicht mit dem Boot oder zumindest, äh, schafft man das in der Zeit nicht. Ich werde, glaube ich, die Mission einfach auslassen, weil, äh, die ist einfach für mich unmachbar. Und der Ben, den wir geschaut haben, hat ja auch gesagt, das ist mit die schwerste Mission im Spiel oder in dieser Mod. Ja, alles gut, kein Problem. Einfach gerne fragen und ich erkläre das dann einfach immer wieder. Damit habe ich ja kein Problem. Jetzt vielleicht speichern sollen, aber ja, egal. Love's Disappearance. Geht schon geil aus, ne? Auf dem Dachgeschoss, einfach so ein Zen-Garten. Hä? Er ist verschwunden? Wir haben die Mission geschafft, okay. Aber wir haben kein Geld bekommen, schade. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als, ähm, Telefon-Mission zu machen. Weil anders, anders kriege ich kein Geld zusammen. Natürlich könnte ich natürlich die Bürgerwehr-Mission und den ganzen Scheiß da machen. Aber, ja, keine Ahnung. Habe ich gerade aktuell eigentlich nicht so den Bock drauf. Oder ich überfahre als Leute. Dafür kriege ich ja auch Geld. Ich glaube, auch wenn ich Fahrzeuge zerstöre, kriege ich auch Geld, ja. Oder Fahrzeuge-Rahmung. Das ist zwar, das sind zwar wirklich Kleinbeträge, das kann echt lange dauern, bis wir das hinkriegen, aber zumindest kommen da ein paar Cent rum. Ich glaube, wir holen dann erstmal den Panzer und speichern erstmal ab. Ähm, ja, erstmal speichern. Steht da noch einer drin? Ja, steht noch einer. Ich kann aber gleich einen zweiten reinstellen, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Ich nehme jetzt einfach auch ein, wer weiß, was ich für die Mission gleich brauche. Ich muss unbedingt den Missionsnamen gleich merken, damit ich gleich schauen kann. Wenn da wieder irgendwas mit Zeit ist, dann bin ich immer gleich am Verzweifeln und gucke immer gleich nach einem Guide. Das ist King Courtney. Das ist King Courtney. Ich weiß, was ich mit dem Rude-Boi-Driver, und die Leute sagen, du bist der Mann. Geh zu der Waste-Ground, opposite der Stadion in der Karte, und warte für die andere Opel. Ich habe mich schon beobachten, die Checkpoints all overstocken. Der erste Fahrer zu der Checkpoint, der Bling-Bling, dann geht es auf der nächsten Stelle. If you get more Checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. Hm, toll. Wir haben jetzt natürlich nicht das schnellste Fahrzeug genommen. Aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin. Let's see. Okay. Natürlich, der Panzer, der schüchtert mich gerade ein bisschen ein. Achso, wir fahren Rennen. Warum ist der Panzer so schnell? Alter. Nein. Ich habe mir natürlich was. Verdammt. Yo, warum kriege ich Sterne dafür? Okay. Ah, kacke. Den schnappt er sich jetzt. Ist mir ja klar. Ich habe mich gerade von dem Polizisten ablenken lassen. Oh, Mann. Wie gehe ich das denn? Ah, ich hätte da links langfahren sollen. Ah, der Wichser. Muss ich 15 insgesamt haben? Okay, ich muss mal ganz kurz pausieren. Junge mit. Junge mit. Junge mit. Ich habe mich gerade viel Spaß gemacht. nicas. thought. Ich bin der Wichser.